Wir haben gerade das Kurpfälzische Winzerfest offiziell eröffnet. Die Proklamation der Weinhoheiten wurde erfolgreich vollzogen. Ich möchte jetzt gerne an den Festwert Hans-Peter Küffner, der zum ersten Mal auf dem Weinfest gewonnen werden konnte, ein paar Fragen stellen. Herr Küffner, Sie sind das erste Mal hier in der Weinstadt im Reichgau. Was können die Besucher von Ihnen als neuem Festwert erwarten?